Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal wollen wir Wartile zocken. Da steht es auch gerade. Ich werde es in einer hohen Bitrate aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es HDR hat. Bis jetzt steht hier noch nicht, dass es HDR angeschaltet wurde. In 4K spiele ich es wie auf der Playstation 4 Pro, also hochgerendert in 4K. So nehme ich es auch auf. Selbst wenn es HDR hätte, würde ich HDR nicht aufnehmen, weil HDR geht nur, wenn ich die Kamera nicht mit aufnehme. So seid ihr dann halt nah an dem, was ich... Sprache Deutsch, Schwierigkeit, einfach. Einfach ist immer gut. Musik, Laut, Stärke, machen wir mal so. Alles andere lassen wir. Einfach. So. A mysterious plague is spreading around the northern kingdoms like wildfire. Hier ist wenigstens ein deutscher Text. After a long time, it's finally engulfed your village. Inside the small huts, sick villagers moan faintly, as their life force fades away, bit by bit. Okay, die Lebenskraft schwindet, okay. This morning, your father, the Jarl of the village, finally succumbs to the play. Oh, Jarl, das ist, was nordisch ist. Standing at the ceremonial pyre, you take up his mantle and ask the village Gordi for advice. Ich bin mal gespannt, warte für ein Spielkonzert ab. Times are tough. We must appeal to God of healing through a blood sacrifice. Take the boat to the tears of Aeir and make an offering of the sacred palm. Also, scheint. Einzelne Platten. Ich hab, achso, Krikaten, Opfer, Säugetier. Scheiterhaufen, okay. Ich geh, ich geh Schritt für Schritt voran. Uh-huh. Uh-huh. Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Bewege, Figuren durchdrücken, halten. Na, hab ich ja gemacht. Ich reiche. Ja, das ist normal. Das hab ich alles gemacht so. Aber was da oben ist, sieht doch irgendwas mit Ziegen. Hier geh hin. Hm. Auf einigen Brettern können Figurenobjekte aufheben. Wo? Wo? Aha, drei von Automatischfiguren anhanden. Ah, 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 drei von Automatischfiguren anhanden. Das hatte ich ja schon. Das war's für mich. kann ich jetzt hier nichts machen muss ich nur gar nicht opfern ich will sagen mit siegeopfern mit no time to mourn your father you push the boat into the ocean as you look back you spot a flicker of poop in the villagers eyes so das habe ich nicht ja entflammendes habe ich nicht geschafft okay you and your men embark on die sind einfach nur abgeschlossen so 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 Schade, ich kann die nicht. Das sind nur die Beben, die ich habe, schade. Jetzt starten wir mal ans Nächste. Ich denke, viele von euch wissen, dass es unruhig ist. Schade, ich dachte, hier ist vielleicht irgendwas versteckt. Aber leider nicht. Oh, okay. 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 So, da ist nichts für die Town. 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 So. 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 Mir macht es, ehrlich gesagt, macht es mir echt Spaß. Schade, dass ich noch keinen freigeschalten habe. Okay, also Waffen habe ich hier ordentlich. Ist denn das ein halber Schild? Da muss ich noch die andere Hälften suchen, oder was? Okay. Scheiße, ich hätte mal ein neues Schild bei dem ranmachen, sonst ist es schon entschuldig zerfetzt. Oh, das sind aber viele, ja. Und, ja, ich kann hier ein paar Minuten. Ich bin da. Okay, ich bin da. 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 Okay. 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 So. Aber wir machen nur noch die innen. Sind wir schon wieder bei 24 Minuten. Oh, meiner ist tot. Nee, ist auch nicht. Der ist tot. Ich hab mich verpuckt. Jetzt haben wir irgendeinen Stein befreit. Ist nur erklärt, dass wir den machen können. Oh. So. Oh. So. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh, ist jemand denn hier? Oh, ist jemand hier? So, jetzt müssen wir aber erstmal zum Schiff. Also die Machart finde ich echt... Also das ist ein Brettspiel halt für eine Konsole sozusagen. Aber die Machart finde ich echt nicht schlecht. Und vor allem, dass das natürlich im Nordischen ist, das ist klar. Glaring at the skull of hell, the Vikings put their oars in the murky water. Dead men forced into battle, their helmets cursed with evil Seda. Eine Kröte fehlt mir. Oh, ich habe einen neuen Kämpfer gekriegt, so wie es aussieht. The Gordy welcomes you back. So, wir würden uns ja nicht so viel spoilern lassen. So, ja, wir haben einen frei. Können wir kaufen und den kaufen wir auch. Wir brauchen Verstärkung. So, jetzt haben wir drei. Die anderen kriegen wir dann denke ich immer auch nach und nach. Oh, Halloween mäßig, echt geil. So, jetzt gucken wir mal noch schnell, ob das auch Platin hat. Weil da fragen auch immer ganz viele von euch nach. Ja, es hat Platin und so wie es aussieht, ja, ein paar Bronze, Silber und Gold drauf hin. Silber habe ich jetzt gekriegt. Also von der Machart finde ich es echt nicht schlecht. Erstmal, ich finde es geil, dass es im Nordischen ist. Dafür habe ich ein Faible. Dann halt so dieses Brettspielartige. Und dass man halt Züge und so Karten kombinieren. Es macht Spaß. Es ist jetzt nicht so actionlastig wie andere, wo man da rumgeht. Das ist echt was, wo man ein bisschen nachdenken kann und entspannen kann. Also von mir ganz klar eine Empfehlung. Ja, wir haben jetzt hier 36 Minuten gespielt. Ich würde sagen, das reicht auch für heute. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick ins Spiel genehmigen. Vielleicht werden wir das auch mal im Stream spielen. Weil da bin ich echt... Also von dem Spiel bin ich echt jetzt bis jetzt mega gehypt. Muss ich mal so sagen. Macht Spaß. So. Ich bin dann jetzt aber auch wirklich weg. Ich wünsche euch allen was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.